Herzlich Willkommen zu Alistis Counter Videoserie. Heute hatten wir die Gelegenheit zu schauen, wie eine Fassade gespritzt wird und zwar sind wir hier beim Autohaus Zellmann in Berlin Alt Linicke. Gespritzt wird das Ganze mit Janssen Metallschutz 3 in 1. Im Einsatz ist eine Graco Ultramax 695, gespritzt wird mit einer 410er Düse. Auf geht's! Bleib ruhig, bleib ruhig! Nicht nebeln! Wir müssen zum Fein gehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.